Oh, hallo meine Damen und Herren, hier ist Chantal, Ihre Wetterfee. Ja, wie Sie sehen, bin ich im Außendienst tätig und hinter mir ein wunderbarer Berg zu sehen, wo es noch Schnee gibt. Aber ich habe heute das erste Mal draußen gesessen und einen Kaffee getrunken. Es hat auch die Sonne geschienen. Aber immerhin haben wir immer noch Aprilwetter. Es wechselt sich hin und her und ab und an, regnet es, die Sonne scheint, es ist schaurig, gewittrig zum Teil und wo immer es auch hinkommt. Von dem her meine Prognose, das Wetter bleibt schön oder es wird schön. Ihre Chantal.